Hallo, hier ist Markus Huber. Ich stehe heute direkt in Gotha auf dem Hauptmarkt. Wir sind eingeladen von Anke Mehrbach, der Gründerin und Chefin des sogenannten Mehrgenerationenhauses und wir nutzen heute die Gelegenheit und werden Ihnen dieses Haus näher vorstellen. Bitte kommen Sie mit. Hallo, herzlich willkommen im Mehrgenerationenhaus Gotha am Hauptmarkt. Schön, dass Sie heute da sind und unsere Gäste sind. Wir würden Ihnen gerne mal unser Haus zeigen. Das ist ein sehr schöner Raum. Was findet denn hier statt? Also das hier ist unser Tanzsaal. In diesem Raum finden ganz viele Kurse statt, die zum Beispiel einen Spiegel brauchen. Man kann hier tanzen, Sport treiben, unsere Hebammen führen Geburtsvorbereitungskurse durch. Habe ich was vergessen, Julia? Nein, du hast alles gedacht. Für mich die Frage, wie komme ich denn dazu, hier einen Kurs anzubieten oder werde ich von euch gefragt? Wie kommen die Leute hier an Ihr Angebot? Also man kann einfach auf uns zukommen, uns anrufen und diesen Kursraum stundenweise anbieten. Wenn man zum Beispiel Kursleiter ist, der regelmäßig freiberuflich Kurse gibt oder auch wenn man eine Gruppe hat, mit der man sich mal treffen möchte, kann man auch diesen Raum stundenweise anbieten. Und jetzt in der Pandemiezeit haben wir uns überlegt, wir haben uns technisch so ausgestattet, dass man auch hier Online-Kurse, dass man alleine reingehen kann und einen Online-Kurs geben kann. Und das kann von hier aus mittlerweile gut übertragen werden. Für mich noch eine Frage, dieser Raum ist wunderschön, die Wände sind wunderschön, aber ich habe das Gefühl, dass die Wände alle schräg sind. Was hat es denn damit auf sich? Das ist eine richtige Einschätzung. Wir befinden uns in einem komplett denkmalgeschützten, sehr alten historischen Haus. Das bringt solche Besonderheiten mit sich, die wir sehr schätzen und bewahren und diese besondere Atmosphäre genießen. Wunderbar. Vielen Dank. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Gerne. Ach, nur wirklich so. Wir befinden uns in unserem wunderschönen Beratungsraum. Welche Formen von Beratungen finden denn hier statt? Viele verschiedene. Wir sind individuell offen für alle Interessierten. Das geht los bei Selbsthilfegruppen, die kostenlos unseren Raum dürfen, gegen Passier eines Getränks aus unserem schönen Café. Es geht weiter über Bündnisse, die sich treffen können, Eltern, Kinder, Initiativen, die einen Versammlungsort suchen. Jeder, der bedarf hat sich zu treffen, einen geschützten Raum kann auf uns zukommen, anrufen oder im Café nachfragen und sich sehr gemütlich machen. Was ich gerne noch ergänzen würde, wir haben in letzter Zeit vor der Pandemie das Café so schön voll gehabt, dass wir gemerkt haben, dass unser Team mitten unter den Kaffeegästen schlecht eine Pause machen kann. Deswegen gestalten wir unsere Räume gerade um und werden wahrscheinlich diesen Raum hier als Pausenraum für unser Team gestalten. Und wir zeigen euch und Ihnen gerne den künftigen Beratungsraum, der noch ein bisschen kuscheliger ist. Sehr gerne. Danke. Gut. Wow. Hier in diesem Raum wohl die einzige Mode-Boutique in ganz Gotha, bei der man zurzeit noch einkaufen kann. Leider nicht ganz. Also auch wir sind von Pandemie betroffen und müssen das ja alles zu haben. Wir befinden uns hier am Second-Hand-Stübchen, das uns sehr am Herzen liegt, weil unser Haus ganz großen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Wir sind dagegen, dass so viel weggeschmissen wird, bieten an, dass man gut erhaltene Sachen bei uns abgibt. Und die Gäste können hier unter normalen Bedingungen ohne Corona gerne stöbern. Wir sind auch schön zentral gelegen am Hauptmarkt, sodass jeder gut hierher kommt. Und es gibt kleine Preise. Man kann entweder Sachen abgeben, man kann auch, wenn man kein Geld hat, einfach tauschen, dass man einen Beutel Kindersachen abgibt und in der nächsten Größe sich gerne was nimmt. Das läuft ganz gut, aber wir werden es jetzt für die nächsten Monate probieren, wir gerade ein neues Konzept zu entwickeln. Es wird ein komplettes Bundesfreiwilligenprojekt mit Öffnungszeiten. Also es kommt noch mal eine Stufe besser organisiert. Wunderbar. Vielen Dank. Das ist mein Lieblingsraum. Kreativität, wo man hinschaut. Was geht hier vor sich? Ja, wir sind in unserer Medienwerkstatt. Hier findet man alles vom Fotokopierer über mal und Bastelsachen. Dekorationsartikel, die gerade zum Umräumen noch hier stehen. Bastelbücher, jegliches Material, was man sich erdenken kann, um kreativ neue Sachen zu schaffen. Und wer wird hier kreativ glückselig gemacht? Wir haben verschiedene Projekte und Veranstaltungen im Haus, wo wir die Sachen nutzen. Man kann den Raum auch mieten und nach Vereinbarung selbst aktiv und kreativ werden. Ja, es gibt viele bunte Möglichkeiten und Projekte. Das heißt, wenn ich jetzt mit zehn Kindern Lust hätte, was zu basteln, habe aber zu Hause nicht die Möglichkeit in meiner 14-Quadratmeter-Wohnung, dann kann ich bei euch anrufen und kann mich bei euch einmieten, richtig? Wir finden dann eine Lösung nach Vereinbarung, dass unser Team auch gerne ein Angebot macht, dass wir ein Projekt schaffen, dass wir in bekannte, vorhandene Angebote dich mit reinnehmen mit deinen ganzen vielen Kindern und dort gemeinsam was gestalten. Super. Du sitzt jetzt mitten in den Weihnachtssachen. Hier sehe ich noch ein Osterei, hier sehe ich Stangen, Plastifolien, eine Schultafel. Was soll hier passieren? Ja, diese ganzen dekorativen Sachen werden gerade auf- und umgeräumt. Unser Haus wird umgestaltet. Normalerweise ist der Tisch frei. Unsere Räume sind frei, dass man sich auch treffen kann, gemütlich zusammensetzen kann und eine aufgeräumte, ordentliche Atmosphäre genießt. Also seid gespannt auf viele neue schöne Sachen. So, wir sind jetzt im ersten OG und ich muss Ihnen etwas zeigen. Wir sind eins der wenigen Häuser in Gotha, die komplett barrierefrei sind und da sind wir besonders stolz drauf, dass wir mitten am Hauptmarkt in Gotha für Behinderte einen ordentlichen Zugang haben. Wenn Sie vielleicht mal einen Blick hier reinwerfen wollen, ist also eine Behindertentoilette da. Wir haben die Möglichkeit, dass Kinder gewickelt werden und bei uns gibt es keine Wegwerfhandtücher. Wir haben Einmalhandtücher liebevoll in Handarbeit genäht und da sind wir ziemlich stolz drauf. Auf dem Weg nach oben ins zweite Obergeschoss gucke ich raus, habe eine fantastische Aussicht auf den Innenhof und sehe einen Spielplatz. Jetzt für mich die Frage, wer spielt da? Wir dürfen alle Gäste spielen, die Lust haben sich zu bewegen und Spaß zu haben. Unsere Tür ist immer auf, wenn unser Haus geöffnet hat, man muss sich nicht anmelden. Einfach reingehen und die Spielgeräte erobern. Wir sind jetzt hier im Obergeschoss angekommen und haben einen Raum betreten, der leicht orientalisch anmutend ist. Dieser Raum ist unser Kranachsaal, eine unserer Lieblingsräume. Hier kann man in sehr schöner, entspannter und gemütlicher Atmosphäre Kurse durchführen, die Ruhe brauchen. Man könnte meinen, ganz guter betreibt Yoga. Wir finden in der Woche im Normalfall ganz, ganz viele Yoga Kurse statt. Auch hier gibt es noch wenige freie Kapazitäten. Wenn Sie einen Raum suchen, sprechen Sie uns gerne an. Ein wichtiger Raum hier in diesem wundervollen Gebäude ist auch dieser Hauswirtschaftsraum. Und was wir hier sehen, ist die unglaubliche Energieleistung, aber auch Durchsetzungskraft, die es heißt, dass man nachhaltig arbeitet, dass man nicht so viel Müll produziert, dass wir Handtücher haben, die mehrfach verwendet werden können. Ein langer Kampf, wie ich gehört habe von Frau Mehrbach und ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber er wurde erfolgreich geführt und jetzt haben wir hier ein lebendiges Beispiel für Nachhaltigkeit. Nach diesem wunderschönen Rundgang durch das faszinierende Mehrgenerationenhaus sind wir schlussendlich im Café angelangt. Leider zu Corona-Zeiten jetzt nicht unbedingt der Treffpunkt, das soll sich aber wieder ändern. Ich habe allerdings die große Freude bei Anke Mehrbach und Julia Krebs zu sitzen mit einem wunderschönen Tee aus dem Bambusbecher. Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben hier auch eine ganz großartig aussehende und wahrscheinlich auch toll schmeckende Linzer-Torte, die extra noch vorbereitet wurde, weil ich heute hier der Gast sein darf. Jetzt erstmal herzlichen Dank für die tollen Informationen. Noch ein paar Fragen. Seit wann gibt es dieses Mehrgenerationenhaus? Also unseren Verein gibt es seit 1998. Da waren wir ein paar junge Eltern, hatten alle Kinder und jeder Gaststättenbetreiber hatte Angst, wir kommen rein und wollen Kaffee trinken. Und da entstand bei uns der Wunsch, dass wir eigene Räume uns irgendwie suchen. Wir haben uns einen kleinen Raum angemietet und aus diesem kleinen Raum ist dann innerhalb von 21, 22 Jahren dieses riesengroße Haus geworden. Wir hatten 13 Quadratmeter, jetzt sind es 750, wie gesehen wurde und ein Außengelände mit Spielplatz. Aber das sind die ganzen Jahre. Wir sind siebenmal umgezogen. Die Zeitung hatte mal gesagt, wir sind die jungen Nomaden Gothas, weil wir andauernd umgezogen sind. In welchem Zustand war denn dieses Haus, als ihr hier reingezogen seid? Also wir haben das Haus tatsächlich von der Stadt in einem exzellenten Zustand bekommen. Es war von Anfang an barrierefrei, da waren wir sehr dankbar dafür. Allerdings haben wir auch sehr angestrengt, weil wir haben ganz viele Wände entfernt. Und wie man zum Beispiel an den tollen Fußböden sieht, wir haben den ganzen Fußbodenbelag, diesen grauen Büroteppich, wir haben alles rausgetan. Wir haben monatelang hier umgebaut, aber die Grundsubstanz ist fantastisch und wir sind wirklich dankbar, dass wir hier am Hauptmarkt sein dürfen. Ihr bietet eine Speisekarte an, Montag bis Freitag. Das heißt, jeder Geschäftsmann oder auch Tourist oder auch jemand, der durch die Stadt geht, kann hier schön Mittag essen. Gibt es Besonderheiten in der Speisekarte, die ihr anbieten möchtet, auch zukünftig? Wir haben hier ein öffentliches Café. Unsere Speisekarte hat einen Mittagstisch mit immer zwei Gerichten zur Auswahl. Davon ist eines immer vegetarisch, damit sowohl Fleischesser als auch nicht Fleischesser gleichermaßen glücklich werden. Wir sind bemüht, regionale Zutaten zu verwenden, auch mit Bio-Zutaten zu arbeiten, wenn es möglich ist. Und alles wird selbst gekocht, jeden Tag frisch. Und auch zu wahrscheinlich eher schwinglichen Preisen. Genau, wir haben zwei Portionsgrößen beim Mittagsgericht zur Auswahl, S, M und L. Die Preise werden sein 4,50 Euro für die S, 6,50 Euro M und 8,50 Euro für größer L. Fantastisch. Und wir werden jetzt noch gemeinsam Mittag essen. Es gibt Spaghetti Bolognese mit einer veganen Bolognese-Soße. Und das lassen wir uns jetzt noch munden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dieses Haus besuchen, wenn Sie spenden, wenn Sie Projekte anbieten, wenn Sie Ideen haben. Kommen Sie vorbei, es lohnt sich. Es ist ein absoluter Hotspot. Und das meine ich jetzt im positiven Sinne für Corona. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, Ihr Markus Huber.